hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge vom city bus manager linie 1 ist elektrisch das war der große titel zur letzten folge oder sowas in der art ja wertungen natürlich wieder mal top und mein plan oder mein gedanke der mir eingefallen ist ich weiß nicht ob ich irgendwann mal was von krediten erzählt habe aber ich würde jetzt einfach mal was richtig raushauen wenn ich jetzt auch gerade sehe ob die konditionen so optimal sind das weiß ich nicht aber wir nehmen einfach mal alles an was geht kaufen verschiedenste depots erforschen zu not ein bisschen wenn die meinen wucherpreise für busse zu verlangen einfach so ein bisschen aus dem anlass ja wir können einfach einmal raushauen nehmen einfach mal richtig an kaufen erst mal ein kleines depot es kommt erst mal hier hinten hin ich würde sagen zwei zwei sterne das sollte am besten passen okay wir brauchen sowieso wahrscheinlich zwei falls wir noch mal sagen wollen würden sie auch hier unten elektrisch haben 25 plätze mehr brauche ich an sich nicht und dann gucken wir mal nach dem neuen depot also hier hatte ich eher so einen braunen ton genommen hier war ich grün nur dass wir schon mal so ein bisschen umgucken dann nehmen wir hier vielleicht mal so ein blau das könnte durchaus vielleicht ganz gut passen ja die nächste geschichte wird erstmal sein haupt betriebshof fuhrpark fuhrpark gelenk bus ein bus der linie 1 wird wahrscheinlich demnächst runter kommen zum betriebshof 2 und vom betriebshof 2 fährt einer zum betriebshof 4 so wären mein plan persönlich und man verlangt sogar keine wucherpreise für busse das finde ich jetzt auch ganz gut da bin ich jetzt auch an sich ein bisschen platt aber gut jetzt wäre natürlich eigentlich die bessere frage will ich jetzt tatsächlich süden einmal erforschen oder wenn wenn ihr wirklich die verlangen ja jetzt keine wucherpreise das wäre jetzt eigentlich eine optimale gelegenheit eventuell wenn es ist sogar linie 2 noch elektrisch zu machen ich bin jetzt hier wirklich mit wucherpreisen jetzt habe ich jetzt gerechnet allerdings linie 2 wäre dann so eine sache klar einerseits wohin mit den bussen das sind ganze drei capacities wobei die capacities könnte ich zum auf linie 24 lotte zwischen parken beziehungsweise hatte mir jetzt 10 fährt mit auch mit drei bussen ich weiß jetzt nicht wie voll die ist weil ich hätte fast gesagt wenn wir wirklich hier zwei elektrisch machen dann brauchen wir wahrscheinlich sechs busse sechs busse die kosten natürlich ordentlich gucken wir überhaupt ob wir so viel geld tatsächlich auf den tisch legen könnten könnten wir auf den tisch legen weil da würde ich auch gucken dass wir den takt ein bisschen runter drehen auf linie 2 denn momentan wenn ich mir den fahrplan angucke wir fahren im dreiviertel stunden takt so ungefähr oder ja das könnte aus dem kopf dreiviertel stunden takt in der regel also das ist zumindest der standard plan zwischenzeitlich hauptverkehrszeit da gibt es ein bisschen mehr aber sonst warte jetzt würde mich mal interessiert also von 14 bis 1 achso warte das da war noch die zeit wo ich es einzeln unterteilt habe nachtswert nur einmal in der stunde verstärker zu den hauptverkehrszeiten etwa ja aber so im großen und ganzen kann man sagen dreiviertel stunde ungefähr ein bus das würde ich dann wahrscheinlich runter drehen halbe stunde vielleicht 25 minuten ja jetzt so die sache wir haben ja die doppelte busanzahl bei halber stunde verändert sich nicht viel 25 minuten hingegen schon drastisch die lassen wir eben bei dreiviertel stunde stehen und wir kaufen erstmal die busse wir müssen schließlich die busse ja auch erstmal haben wenn wir gleich noch geld haben wahrscheinlich können wir besser erstmal ein bisschen noch in strom investieren als was anderem aber sechs busse klar das geld das müssen wir natürlich auch alles erstmal wieder rein kriegen aber da bin ich noch erstmal zuversichtlich gut defekter bus der müsste mal eben in die werkstatt bei nächster gelegenheit aber erstmal hier hinten gucken also die ganzen citaro g's die aus allen möglichen ecken kommen die müssen erstmal abfangen die e 35 e kommen die jetzt eigentlich wirklich aus allen ecken oder nur aus ganz bestimmten ecken ich frage für einen freund ich glaube die kommen alle nur von da oben dann lassen wir die mal eben fahren warte 35 e 36 37 38 und so weiter so die e 36 e das wäre dann der 37 e da käme dann 39 bzw 40 e und da käme dann 39 bzw 40 e irgendwo dazwischendrin ist gleich noch der 40er Aber an den kommt ich wahrscheinlich nicht bei. Also momentan nicht. BE 40 E. So, jetzt sehen wir gleich erstmal, ich habe mich verzählt. Wahrscheinlich. Mal gucken. 34, 35, 36, 37, 38. Man soll auch erst richtig zählen lernen. Warte, der 39er kann so bleiben. Ich nenne einfach den 40er rum. So. Das hätten wir. Damit hätten wir etliches an Busse. Aber wir werden auch ein bisschen was ändern. Denn. Ich gucke mal erstmal nach 25 Minuten und dann gucken wir mal. Also, Fahrplan bearbeiten. Könnte ich einen 25 Minuten Takt. Überhaupt aufrechterhalten. Okay, nachts ist mir relativ egal. Da darf auch ruhig nur einen Bus fahren. Ich glaube, da dürfte eigentlich nicht viel sein. Schichtplan. Morgen. Linie 2 Altstadt. Jetzt kommt das große Phänomen. Und wieso hat es Linie 1 nicht abgespeichert? Ach so, warte. Sind O530er. Man muss aber erstmal richtig gucken. Ja. Linie 2 Altstadt. Das wird jetzt ein riesiges Vergnügen. Ganze. 2, 3, 2, 3, 4, 5, äh, wann es nicht mal 6 Busse. 30, 36, 37, 38, 39. Ich vermisse einen Bus Irgendeiner mit einem ganz komischen Kennzeichen Ihr wollt schon sagen Irgendwie hat da was gefehlt So 40 E Da ist er So, dann kümmern wir uns jetzt endlich mal hier rum Auf morgen wohl angenähert Wir fangen erstmal so einfach der Reihe nach an Oh, ich würde mal fast sagen Das wirkt mir schon fast ein bisschen Nicht unbedingt zu locker Aber Also jetzt mal ganz im Ernst Bräuchte ich wirklich ernsthaft so viele Busse Der fährt hier Im Endeffekt könnte ich wahrscheinlich sogar noch Weitere Unterstützerlinien eventuell Auf die Basis noch hinzufügen Die dann eher nur nachmittags fahren Durch die Stadt Das wäre doch senkbar Könnte ich sogar noch fast unterkriegen Wenn ich mir das so angucke Haben wir zufällig noch eine andere Linie Die ich Die Busse so ein bisschen wegnehmen darf Oder könnte Wenn es ist Sind eine kleine 2-Bus-Linie Weil Ja doch Das könnte hinkommen Also Ich frage mal für einen Freund Haben wir um die Altstadt rum Noch irgendeine Linie Die wir der hat sogar noch aufdrücken könnten Wenn es ist Da müsste ich allerdings gucken Schlinkel Bestimmt nicht Hörner bestimmt nicht Todesheide Ist mir zu weit weg glaube ich Obwohl wäre bestimmt auch ganz interessant Nr. 10 braucht zu viele Busse Vox-Trupp fährt da unten Gut Ist jetzt die bessere Frage Wonah suche ich überhaupt Lotte ist so eine Linie für sich Muss ich halt auch irgendwie Eigentlich auch Gelenkbus lohnen Hier unten ist bestimmt nichts Jetzt die Frage Westerkappeln Westerberg So Westerkappeln ist eine weiter Was fährt eigentlich auf der Linie 41 Alle zwei Stunden fährt da jedenfalls was Schichtplan Wir testen da mal was Wir haben gerade Zeit So wo ist denn das eigentlich überhaupt Okay hier ist mal Zitaro G Linie 2 Ah okay Den Bindelstrich Müsste ich nochmal entfernen Dann habe ich sogar noch ein Bus zu viel Dann habe ich sogar noch wirklich ein Bus zu viel So wo war der jetzt Der Bindelstrich wäre es zu viel Schichtplan für morgen Könnte ich eventuell mal gucken Das wäre ein Nachtbus Und könnte ja vielleicht sogar noch eine Mittagstour wenn es ist fahren Aber wo ist die Linie 41 Das wäre hier Das würde ich sogar von der Größe ja Ja gut Ist so eine Sache Wir könnten aber trotzdem mal gucken An sich könnten wir es ja mitnehmen Wir haben an sich die Möglichkeiten 12.55 Uhr Na gut Okay Dann lassen wir den hier mal besser den hier fahren Äh Das wird mir ein bisschen zu knapp Aber rein theoretisch könnte der hier noch den Nachtbus fahren Äh Ne Das wird wohl eher nicht Eher nicht 22.07 Uhr Könnte aber der hier fahren 4.55 Uhr Siehste So hast du im Endeffekt sogar zwei Linien Vom Grundprinzip sogar eingespart Oder eine sogar Oder eine komplett eingespart Mit der Bussanzahl Das ist doch schon mal an sich nicht schlecht Da bin ich eigentlich auf den nächsten Tag mal gespannt Wie das so wird Also die O530er Die haben wir auf jeden Fall frei Da kann man eine neue Linie mit erstellen Die O405 Gut Wahrscheinlich musst du da auch gucken Auf Dauer den Takt ein bisschen runterdrehen Aber so im Großen und Ganzen Dann lassen wir mal so laufen Ja Ich würde dann aber auch an der Stelle sagen Das war es mit der Folge Ich hoffe es hat euch gefallen Wenn ja Sehen wir uns das nächste Mal wieder Und damit sage ich Tschüss Und bis zum nächsten Mal Bye 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 Vielen Dank.